Durch welche Tür betrifft du morgens das FZI? Meistens Tiefgarage und dann nach oben. Woran merkst du, dass es Zeit für Urlaub ist? Eigentlich, ich habe noch keinen Urlaub am FZI gehabt, daher kann ich die Frage nicht beantworten. Was ist das FZI für dich? Drei Worte. Arbeit, Forschung und viel Spaß. Wie kannst du mit dem FZI die Welt verbessern? Wir haben hier wirklich eine sehr breite Spanne an Möglichkeiten, mit denen man die Welt verbessern kann und neue Sachen entwickeln kann. Was war deine Lieblingsfernsehsendung als Kind? Das war Nupagadi heißt es auf Russisch. Das ist ein Kinderzeichentrickfilm. Frühaufstehen oder Nachteule? Nachteule. Wie siehst du aus, wenn du dich konzentrierst? Ungefähr so. Wenn du einen Privatjet hättest, würde die Reise hingehen. Definitiv nach Kasachstan zu meiner Familie. Was für ein Bild hast du gerade als Desktop-Hintergrund? Default-Desktop-Hintergrund. Pausenbrot oder Essen gehen? Lieber essen gehen. Welchen Kollegen würdest du gerne mal bei der 100 Sekunden Challenge sehen? Sascha Alpers, bitte. Welcher ist dein Lieblingsroboter? Ich habe keinen Lieblingsroboter. Warum stehst du morgens gerne auf und gehst zur Arbeit? Ich habe keine Lieblingsroboter. Ich habe keinen Lieblingsroboter. Ich habe einen Lieblingsfrischen. Menken Sie das Asstum an, ich habe keinen Lieblingsboden. Tut mir, meine Lieblingsboden.